Das Formelnumstellen in Physik unterscheidet sich nicht besonders von dem Thema Gleichung lösen. Das ist nicht das Problem. Problem gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das Schicke ist bei den Formelnumstellen in Physik, dass man nicht so viel rechnen muss. Also nicht so viel mit Zahlen zu tun hat. Aber das ist eigentlich egal. Ich habe extra mal diese Formel aufgeschrieben hier. Was ist, wenn auch noch blöderweise die gesuchte Größe unterm Bruchstall steht? Was man dann alles macht, ob man dann unbedingt alles nur mit Buchstaben erledigt oder vielleicht doch mal einsetzt. Solche Sachen, die werden hier bei diesem Thema erklärt. Also ich rede jetzt schon die ganze Zeit, damit hier oben die Links erscheinen können. Damit ihr das seht, habe ich das Feld. Und mittlerweile müssten jetzt aber auch gleich die Links hier erscheinen, die dann zu den einzelnen Themen führen. Sodass man es in Ruhe auswählen kann. Wird euch Spaß machen. Bis jetzt hat es jedem Spaß gemacht. Also warum nicht auch euch? Na denn!